. Bin ich tot? Du bist im Koma. Dann ist das alles nur ein Traum? Es sind Erinnerungen. Jeder Mensch, der ins Koma fällt, gelangt an denselben Ort. Hierher. Im Koma entwickeln einige Menschen beachtliche Fähigkeiten. Um diese Fähigkeiten zu entfachen, brauchen sie einen Impuls. Sie müssen in Gefahr gebracht werden. Lass mal sehen, was deine Fähigkeit ist. Der Mann da oben auf dem Balkon. Ist der der Anführer? Er hat uns beigebracht, wie man hier überlebt. Wir sind aus einem Grund hier. Jeder, der hier ist, hat es in der Realität nicht geschafft. Sie hatten keine Zukunft in ihrer Welt. Habt ihr es immer noch nicht geschnallt? Ich hab hier das Kommando, ist das klar? Wenn diese Welt aus Erinnerungen besteht, wie kommen die dann hierher? Entdeckung! Irgendwo hier gibt es eine Insel, die frei von diesen Reapern ist. Wir sind permanent auf der Suche nach Leuten, die uns dabei helfen, diese Insel zu finden. Ist das jetzt mein Leben? Dort konnte ich nicht mit demjenigen zusammen sein, mit dem ich es wollte. Hier aber schon. Diese Welt würde nie etwas Ungewöhnliches würdigen. Egal, wie großartig es wäre. Wofür braucht man dann noch die Realität? Wir müssen aufwachen. Du darfst nicht aufwachen, verstanden? Du bist jetzt hier im Koma. Daran kannst du nichts ändern. Das Leben im Koma ist genauso real. Lass sie ja nicht los, hörst du?